Die Welt der Welt Meine Königsten nicht sterben. Das ist okay. Wir werden. Chloe! Matt? Matt? Sind wir tot? Oh ja. Das ist meine neue Folge von Live Strange Double Exposure. Ich hoffe ihr seid bereit für eine absolute Katastrophe. Weil die Qualität ist nicht zu retten. Ich habe probiert. Ich muss auf den niedrigsten Einstellungen spielen. Sogar mit 60 FPS oder 30 FPS. Es ist eine laggende Katastrophe. Es geht gar nichts. Und ich weiß um ehrlich zu sein nicht warum. Weil jetzt kürzlich haben wir mit Shadow Generations angefangen. Und das sieht sogar... Ich werde mich schon richtig machen mit der Aussage. Von dem was ich bisher gesehen habe. Sieht das sogar besser aus. Und das funktioniert flüssig. Auch mein PC sogar. Und bei anderen. Ich finde das sieht besser aus. Wie das hier. Wenn ich alles auf Ultra stelle. The fuck. Aber okay. Dann müssen wir uns eben halt auf die Story konzentrieren. Hoffentlich ist die gut. Wenn nicht... Sieht es ganz übel aus. Ich meine nein. Nicht tot. Ich habe nur gedacht. Ich frage mich mal. Warum es so schlecht ist. Weil Luffy Strange 3 hat so gut bei mir funktioniert. Und das hat wirklich gut ausgesehen. Aber das ist jetzt eine Katastrophe. Und das ist eine Katastrophe. Cosmopolitan für Max. Vodka shot für Saffi. Very on brand in both cases. Perfect. Thanks a ton Amanda. Hey. You look really good today. You think so? I switch Shampoos. Oh. Not sure about it yet. So what are you up to later? If there is a just and loving God. Sleep. Today has been a juicy. Well. Sweet dreams. Sweet dreams. You know she was flirting with you, right? Huh? Amanda! Are you actually this oblivious? Yep. Later, yeah. You spent all those years on the road. Meeting new people every day. And you still can't tell when someone's into you. Hm. I don't know. You don't need a lot of suitors and abandoned buildings. Yeah. This is about the blue haired girl whose picture you keep in your wallet. Chloe. Wait. You snooped in my wallet? Yes. Stop deflecting. The girl with the blue hair. What's the deal with you two? Sophie asked the right question. Max? I don't know the two are saying nothing good. Why are some school days at school? Look. We were... Kinda... High school sweethearts, right? High school sweethearts. Okay? High school break-up turned you into Miss Havisham? Oh, no. What's happened? It was a little more complicated than... Can... Can we change the subject now? No! Come on! You never talk about yourself. Would it kill you to open up the teeny-tiniest bit? What happened? But... You don't want to go through the map. What happened? I'm sorry. You cannot wait. Go on. I can't wait until you've left. I can't wait until you stop. I don't know if you have to wait until you're ready. geopfert haben oder nicht man wird basic aufgezwungen denkt was die tode ist was jetzt erst verstehe ich nicht habe ich etwas verpasst oder mit am anfang und so automatisch gewählt dass die tode ist oder wird der unterschied später selber man weiß dafür dass die fähigkeit zwischen zwei realitäten können wechseln ist dann eine wo sie lebt und sie okay ja bin ich schon getroffen wurde und dann hier schon ist deswegen uns aufgezogen dass wir sie hier tot haben ist das ist also ich bin gespannt weshalb sie das gemacht aber ich würde dass ich mehr leute und bisher bin ich nicht zufrieden wie sie das angehen sie da haben wir es die zitat für konsequenzen haben oh shit nah hey it's cool it was a long time ago was 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 es was Amanda. Penske? Nein, ich weiß nicht, ich bin total vergewaltigt, sie ist nicht mein Typ. Ich weiß nicht, ich bin nicht mein Typ vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich hier in der Minorität, aber sie ist nicht wirklich mein Typ. Sie ist wirklich cool, aber. Max, du bist immer über wie du fühlst, dass du vielleicht ein neues Freund wäre ein guter Weg, um ein paar Routen zu setzen. Talk to sie. About what? What do normalen Menschen überhaupt nicht sagen? Mostly gas prices. Aber wir sind ein bisschen höher. Ich meine, go look around. She's responsible for half the decor in this place. Learn what she likes. Yeah, yeah. Da kann ich etwas an der Folie mit anstellen? Das ist ja grausam. Was ist denn da los? In der ersten Folge war das Waggon so okay. Ey, das ist wirklich... Nochmal so? Ich muss mich auch hier ein bisschen runterschalten oder so. Ich weiß es auch nicht. Das ist wirklich... Anstrengend. Ah, warum nicht, du weißt? Okay, du bist flüssig, I guess. Auch wenn es grausam aussieht. Oh je. Zeit, um mich normal zu gehen. Alles, was ich tun muss, ist zu finden, die Amanda liebt und dann über sie sprechen. Ich kann das tun. Safi sagt, die Bände, die hier spielen, sind klein, aber ein Herz. Und ich bin nicht sicher, ob das ein Kompliment ist. Ich habe mein Kompliment an ein bisschen so viel wie die nächste Mädchen. Aber die Bände hier ist einfach... ...verwürdig. Äh, ja, schlicht, ich stelle dir bitte umdrehen. Hört auf, die kurz andere zu gehen. Amanda, okay. Äh, reparieren. Do not let go. 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 Gott, I love any piece that can make a snowy tree look somehow cozy. Mhmh. Should I feel bad that I kind of liked it better upside down? Das ist irgendwie etwas. Gosh. These are really beautiful. Caledon doesn't have a monopoly on Lakeport. Artistic genius, I guess. How do you do, fellow kids? What brings you two to the turtle tonight? Fearless leader put us on duty. Oh, that's right. Must be exciting, being in a secret society. Yeah, very exciting. Join the Abraxas Society, where you two can become a prestigious artist, and tank poetry, and party. You'd think he'd have freshmen for that. So, why do people join in Abraxas? It just sounds like a lot of stress. The only thing worse than being in Abraxas is not being in Abraxas. If you want any recognition at all. It didn't used to be this way. It used to be about activism and creating art that matters. Now it's mostly for networking and worshiping Vin Lang, the President. Huh. Sounds like... bummer. Well... Good luck, you guys. Heh heh heh. Cool, okay. Max is Stephen, who I've even noticed. That's what I've noticed. That's what I've noticed now. Polaroid photo? I thought I was Khaled Hans' resident Polaroid-Taker. Nearly someone else has taken the plunge. Ah, undergraduates. Let's turn this frown right side up. Wait, wait! Let's go. One day, I'd like to play Go with Moses and Sophie. Hmm, just have to learn the game first. Hell yeah Diamond, way to go. Let's go. We've got to go. One day, I'd like to play Go with Moses and Sophie. Äh, Film, äh, Script und Regie damit werchen dem Gewinner für den besten Film der Hochschule Filmbildgesellschaft. Oh, okay. Mit den zwei kann ich nicht interagieren, hier ist auch nichts. Okay, dann zurück. Äh, ich kann hier noch mit Safi sprechen, ne? Safi ist zu viel über meine soziale Leben. Hm. Warum sprachst du mit mir? Hey, sprach mit ihr. Okay, okay. Kein Weg, das Süppfutur ist in meinen Händen. Alles, was ich tun muss, ist zu finden, was Amanda liebt und dann über sie sprechen. Ich kann das tun. Kein Weg, das Süppfutur ist in meinen Händen. Wenn in New England, so wie ein New Englander ist. Gut Bier, gute Ethik. Was, was noch nicht? Was? 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 Und zu unterstützen, bedeutet, dass du die Kunst eurer eine faire und gereischtere Lebenssatz unterstützt. Okay. Und zu so. Amanda recommend Misery Cult, hm? Ich kann damit arbeiten. Ja. Das, was ist, die Angestellten des Snapping Turtle empfehlen. Die neueste Staffel von dem, äh, dem Mondflüsterer. Äh, unser neuer Kindesgeschritten Apfel. Äh, Misery Cult Album, der gleichmäßigen Band von 1999. Spaki bei eben. Äh, Teddy Koch, äh, und dann noch, äh, Sadie, äh, Braumeisterin. Und dann Will's Beast Hand Fees von Professor Lucas Coleman, ja, Mitgliedsbesitzer. Äh, Doktoran. Ah, ja. Die Telltale-Säge von einem 10-Koffee-All-Nighter. Ja, das sehe ich. Ich hab das nicht direkt gesehen, dass da so viel stand. Oh, fucking hell. Äh, Roboter-Gemälde. Auch wahrscheinlich wieder gerade biegen, oder? Yes. Wenn ein Mann nicht nichts übernimmt, ist, dass es nichts übergehen geht, dieses Canvas-Placement ist nicht Teil der Artisten-Vision. Oh, Mann, ich will auf der Barsche gehen. Pick-up-Line-Bord. Ich will, ob jemand hier weiß, einen guten guten Tag, ich kann brennen. Also nicht, wenn ich inspirieren muss von den Sprüchen aus Laufsend 1. Ich glaube, Max wird das, glaube ich, mit dem Höchstleister hinbekommen. Die Muster-Wahrgrund für die Erdbewerbung, und ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Was du, äh, Wasser in den Beinen, weil man, Finschelotisch ausschlägt. Der Heißko, Alter. Oh, Jesus. Ich muss jetzt nicht mehr reden, oder mehr Pick-up-Lines für die Schock-Board. Amanda probably knows which beer is actually good. I could ask her. I should be able to break the ice now. Just talk to her, Max. You knew how to talk. Well, wahrscheinlich haben wir Max entweder Lesbisch oder Wahrscheinlich Äh, Pee, würde ich sagen. Oh, scheiße. Oh, okay. Out of the way, Freshman. Ui. Reggie ist lucky, ich werde nicht ihm schweipen das Glas. Da hat er einen Bachspruch. Hey, Reggie. Wie kannst du drei Gläser in einer Woche brechen? Just eine Survey-Question. Du kennst auch noch einen guten Pick-up-Lines? Oh, Gott. Wo, Gott. Too old school. Direkt? Cringe. Aber Klassik. Vielleicht wird es mich in die Schle unrecht. Dings, ich glaube, es wird niemals gedreht. Gut, wird ein guter Anspruch. So wird dafür nur wirklich die Städte. Die Koffie der Gewinn ist. Mercury muss jetzt in der letzten Reihe. So, komm mal hier, mein Schöpferlens. So, nochmal mit Iron Man Array. Hey, Fotografie ist eine schwierige Industrie. Die nächste Zeit, zum Beispiel, die Klasse geht auf die Sorge. Wir können auch noch bei Sophie gehen für einen dummen Anwuchsbruch. Oh, genau. Tell me, you've got a terrible pick-up line to share. Are you a campfire? Because you're smoking hot and I want some more. Oh, you're good. Oh, my bladder thanks here. Tell your bladder, it's my pleasure. Oh, and I saw you fix the paintings. We're gonna have to put you on payroll. Yeah? And I'm pretty amazing. So hey, you were gonna say something before all that. So, you're a misery cult fan? For sure. So cool that you know them. No, I'm sorry. I actually had never heard of them until I read your wreck on the whiteboard. Oh, right. You're not a Lakeport local, duh. So, educate me. I want to know. Misery cult were the first band out of Lakeport to make it big. They kinda founded the Lakeport music scene. Okay. What does make it big mean in his context? I mean, they got college radio airplay as far away as New Hampshire. So yeah, pretty big. What kind of beer for someone who hates the taste of beer? Handlebar cider. That's the maxist thing on tap. How did you... It's my job to know the regular's. I'm the all-seeing eye of Lakeport, Vermont. You're starting to sound like one of those Abraxas guys. That dork-ass rich kid secret society bites your tongue. Oh boy. I gotta know what the deal is with the pickup lines. My buddy Henry and I were co-headlining a comedy night. Holy shit! You do comedy? And this is the first I'm hearing about it? Sorry, sorry. Listening quietly, please proceed. So the whole drive up. He's telling me the grossest pickup lines he can think of. Trying to get me to score. Dumb bro shit. Anyway, it turned into a competition, which I won. Nobody knows grosser pickup lines than a small down lesbian. And the competition turned into the chalkboard? Yep. So? Give it a shot. What's the best pickup line you've got? You give me the grease on the luck. It's not the best. The best... The best... The best... The best... The best... The best... Are you at campfire? Cause... You're smoking hot and... I want some more. Cringe. Goopy as hell. Perfect. You're on the board, Max. Yes! Yes! Okay, Sophie. This is a little man. So... I was thinking... That we should totally do something in Linkport sometime. You could show off the local music scene. Oh, hell yeah. There's this band, Revenge Horse, that I've been meaning to check out. Based on that name alone, I'm 100% in. So... Uh... 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 I like to make sure that boundaries get set early. Uh... Uh... So... Zero pressure. Either way. But... Is this a date thing or is this a friend thing? Entschadung? Um... But they're with intents to flirt. Also... I would say more on a date. That's just not specific. It's not specific now where we are actually together. Before we can date you. So you can date you, right? I would say on a date, right? I was... Kinda... Definitely thinking about a date... thing. You're really fucking adorable. Puh. Numa, oder? Es ist eine Zeit, dann. Ja. Schau dich, Max, machen normalen Menschen schrecklich, wie ein Kind von healthy, produktiv Mitglied der Gesellschaft. Wie fühlst du dich? Ich habe keine Ahnung. Die letzten 10 Minuten sind total Arbeit. Aber Amanda ist wirklich cool. Was war das? Was war das? Wie war das? Wir haben fast sterben. Wir haben nicht fast sterben. Ja, weil ich uns entschuldigt habe. Ich behaupte ein Medal. Also, was machen wir? Die Nacht ist jung. Wir müssen nach Hause. Nur die drei von uns? Ja. Es ist heute eine Meteor-Schuhe. Ich mache Forschung, aber es könnte Spaß mit anderen Leuten sein. Du müsstest kommen. Beide von ihnen. Das ist perfekt. All we need is... Ja? Hold on. Der vierte Pe... Safi, was hast du brauchen? Ich habe schnell das Gefühl, dass irgendwie eine komische Karnspannung zu schnittst. Herr Präsident, Mami Dearest. Zumindest bis sie erinnert, dass ich ihre Kreditkarte habe. Schaui? Oh Gott, Safi, ey. Okay, wo landen wir jetzt? Was ist das? 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 Jetzt habe ich schon vergessen. Meine Erinnerung. Oh je. Kurze Edition ist für den Arsch. Ich sehe mal Luft. Oh, bitte keine Loading Sequenz. Oh Gott sei Dank. Ich bin mit denen gekommen, auch nur weil ich jetzt auf den Zugangsschlech spiele. Was sind wir hier sehen? Ein paar kleine Schleifte von einem Asteroid abgerissen. Von 11 Millionen Kilometer entfernt. Das ist das, was ich gebe dir, um dich zu erinnern. Wow. Also, wir sollten uns darüber bemerken, dass dieser Asteroid verrückt auf die Erde? Ich glaube nicht. Nicht in unserer Lebenszeit. Und es wird wahrscheinlich nicht entdeckert bevor es auf die Erde zu erreichen. Hm. Alles klar, Max. Du hast 24 Stunden bevor die Welt endet. Was würdest du tun? Nicht schon wieder. Was das schon hingetan hätte. Ich muss ehrlich sein. Ich hätte wahrscheinlich nur die Rückmeldung auf den lebenden Tod gelegt. Und habe sich eine ganze Pizza bei mir gegessen. Warum habe ich mit ihrer Kinder? Sie hat sterben, was sie liebte. Hm. Es tut mir leid, Murph. Ich will nicht in. Oh, ich habe nicht gehört. Was? Hey! Es sieht aus, wie das Werkzeug arbeitet. Murph und Moses Murph, oder wie? Eek! Warum bin ich nicht im Haus, in einem Blinket-Burrito gerade? Hm. Das ist die beste Sie können? Was? Ich arbeite nicht in diesem Gebäude. Ich arbeite nicht in diesem Gebäude. Ich blöde mich für die Astronomie-Departement's schlechte Tast. Meins sagt, ich bin die Welt's hornigste Mutter. Geheheheheh. Geheheh. Das ist zum Teufel, okay? Nödig und versaut. Eigentlich Wodka-Toilette. Nödig und versaut. Naht? Welcher? Ein weiterer zwei wäre gut. Heheheh. Ich habe gute 온도. Es ist wichtig. Aber ich kann dir nicht was es ist. Ich kann nicht uns sagen, ob wir gute Wodka haben und dann- Man möchte nichts weiter sagen, bis alles Rabler ist gesendet. Mysterios. Well, whatever we're celebrating, I think it calls for a selfie. Oh, let me, I just got this camera and I want to get some good use out of it. What should we say? Damn, I think I've had a thermia. Moses has had a thermia! I'll get in coming. Warum? You know, you know, do my thing. Good news, huh? You two and your secrets. How you ever hold a conversation with each other is beyond me. I'm dying to know what Sophie's good news is. Maybe I can somehow convince her to spill. Gott, das finde ich, warum ich auch immer so viel. Ähm. Danke. Only the highest quality drinking vessels for the astronomy department. Ja. Dang. Sophie snagged the good stuff from the snapping turtle. Keine Ahnung. Sophie's second favorite oral fixation. Hm. Was hast du gesagt? Sophie's second favorite oral fixation. Ich nehme mal an, die erste kann man sich schon vorstellen, dann, okay. What exactly is a comet chaser? Amateur astronomer or fancy cocktail? You decide. Oh no, Mr. Iceman. What's to become of your head? Hey, das haben wir doch Dings erst kürzlich bei Steph Dales hier gesehen. Das sieht, äh, angemerkt, wie, äh, Dings, äh, ähm. Das ist eigentlich nicht bis die Klikaner der Belästung ist, dass er seinen eigenen Artgenossen umbringt. Ich glaube, dass ein Astronomie-Gerner hat seine Perken, nämlich Roof-Axis. Das muss ja wirklich cool sein, ey. Das ist ein, äh, geiler Vorteil. Oh. Schneebälle? Ich glaube, das ist wie Menschen, die nicht Moses sind, verlieren ihre Roof-Axis-Privilege. Vorscheinlich, da liegt Dora etwas Verdächtiges. Ah, auch vor Getränken und so, okay. Hier ist nix. Ich merke mir, aber dass so eine Schaufel ist. Es kann gut, wirklich später gebraucht sein für irgendetwas. Moses und Sophie haben seit Jahren Freunde. Vielleicht könnte er helfen. Na so? Wir haben hier ein paar sehr große Graph-Aktion. Kannst du hier sonst mit den Dings... In der Teleskope? Oh, cool. Ich und Chloe haben uns immer noch Zeitdrehen über die Erinnerungen, die wir haben, in den Skagen wie dieser. No. Ich liebe, dass du mein Partner im Krieg bist. Als lange, dass du mein Partner im Zeitraum bist. Gott damnit. Nachdem alles, was in Arcadia Bay passiert ist, bin ich glücklich, dass ich dieses Ort gefunden habe. Ich habe nicht so glücklich in Jahren. Na schön zu hören. Ich bekomme immer mehr das Gefühl, dass wirklich diese zweite Realität, in die wir reinfallen werden, eine wird sein, wo Chloe am Leben ist. Und deswegen, wenn es halt aufgezogen wird, die Realität, wo sie tot ist. Ich bin gespannt, ob Moses weiß, wie Sophie zu sprechen. Wollen wir mal ein Stopp los? Ich liebe, wie Moses immer so passioniert über seine Arbeit sieht. Auch wenn er nur... ...nummern schlägt. Äh, entspannt an lehnen. Hey, Moses. Kasuell lehne auf der Teleskope. Ich könnte es nicht überlassen. Versuch. Warte, ich warte bis es links im Hintergrund ein... links vorbeifliegt. Guck gerade keins. Da kann man auch einfach so Foto posten So, Moses Murphy, Mann der Wissenschaft Nice, äh, Mainfeet Oh Gott, Moses Murphy, Mann der Wissenschaft Äh Also schon drei Kommentare darunter sind Ryan Glück gehabt, es hätte es zur Bevölkerung, die gemeint zu sehen Clara, nur ein Mann und sein Teleskop Wie soll ein Mann denn noch ohne sein Teleskop auskommen Okay Äh Okay, das sind unsere Dings Die Unterschiede in unserem Stand wird Sich zeigen, Sterne, äh, na, na Okay, ich glaube, das halte ich mir Für nächstes Mal Choice Oh Oh, darauf freue ich mich Äh, Loretta Lucas, Moses, Reggie, Safi Jasmin, okay, sonst Keiner, den wir kennen, aber Joyce Oh, das ist geil Okay, da bin ich mal gespannt, was das zu lesen Äh, hier ist Dings Oh nein Ich lese nur, es tut mir schon so, äh Es tut mir so leid, Joyce Das gefällt mir schon gar nicht Äh, Mama und Papa Moses, äh, Reggie, Safi und Jasmin Äh, Aufgaben eben Ja, das schauen wir uns an Und Sommelobjekte Ah, Undergrads Das war eins Äh, Observation aus Es kommt 4. Dezember, okay Äh, was Hey, Moses Doesn't some small party you wanna know what Safis good news is? Hat er eine Vermutung? Okay 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 Give this to Safi, if you can You'll probably have to trick her into taking it or plant it on her Like a prank? No This has rules So it's more of a game Whoever holds the bottle cap Has to do whatever you say Well, within reason Okay Moses I have literally never wanted to play a game more in my entire life You say that now But Safi has a very loose definition of within reason And she'll come for you next Okay Wish me luck Don't do anything I wouldn't do Okay, das ist mal You mean like Talking to someone who has an obvious crush on me? First of all How dare you Second of all Yes, exactly Okay Scheint mir so, als wenn die Liebesinteresse ist, dann Dann Moses und Amanda Hat den Namen gerade Komm, der verkackt Versteckt für den Okay Wie werde ich das auf Safi plant? Gute Frage Äh Teleskop haben wir uns angeschaut Okay, es hat sich gerade gespeichert Ich würde sagen, hier beenden wir in die Folge Äh Ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt machen Äh Wunderlich, ich finde ich etwas leiser spreche im Vergleich zu der ersten Folge Ich werde halt jetzt links Spät aufnehmen Deswegen muss ich auch dementsprechend passend reden Und nicht so laut sein Ich bin sehr gespannt Was wir hier heute noch weiter äh Sehen werden Okay, wir können durch die Sachen durchgehen Okay, das war am nächsten Mal Sofis Tasche? Wenn ich mal auch nehme Boah, das ist schon mein nächstes Mal Also dann, danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye-bye I said for so long That I built a home They tap at the windows And think they were Es liken Sie an Und das ist mir Det qang бер Skills